Für die Städte von morgen stellt MAN schon heute die Weichen für eine emissionsfreie Zukunft. Die langjährige Erfahrung von MAN im Stadtbussegment, verbunden mit dem Konzern-Know-how in der Elektromobilität, macht uns zum idealen Partner für die Zukunft ihres Stadtverkehrs. Mit den Beratungsdienstleistungen von MAN Transport Solutions passen wir die Lösung individuell und maximal wirtschaftlich auf Ihr Streckennetz an. Je nach Fokus, Reichweite und Fahrgaskapazität. Mit unserer erprobten Zell- und Batterietechnologie im neuen Lion City E machen wir Ihnen den Einstieg in die Elektromobilität bereits ab 2020 so einfach wie nur möglich. Deshalb freue ich mich ganz besonders, Ihnen schon heute den neuen MAN Elektrobus vorstellen zu dürfen. Was beim neuen MAN Lion City E besonders überzeugt, ist ganz klar die Effizienz. Und sie steckt im Detail, dank der Vernetzung und dem modularen Aufbau aller Komponenten. Bei der Batterie mit einer Kapazität von 480 kWh bedienen wir uns der bewährten Lithium-Ionen-Technologie. Diese ermöglicht uns eine Reichweite von bis zu 270 Kilometern. Worauf kommt es für Sie an? Auf eine zuverlässige Reichweite und das über die gesamte Batterielebensdauer. Durch unsere Reliable Range-Nutzungsstrategie, indem wir in der Batterie immer einen Teil des Energieinhaltes vorhalten, erreichen wir das. Dank des Depot-Ladekonzepts und der hohen Batteriekapazität können durchschnittlich 80% der Linien ohne zusätzliche Ladeinfrastruktur auf der Strecke bedient werden. Beim Antrieb setzen wir beim Solobus auf einen elektrischen Zentralmotor an der Hinterachse. Beim Gelenkbus sind es dann zwei Zentralmotoren. Ein Konzept, das sowohl durch Zuverlässigkeit als auch durch Wartungsfreundlichkeit überzeugt. Durch die optimierte Fahrwerksauslegung bietet der neue MAN Line CTE ein hervorragendes Fahrverhalten. Und beim Gelenkbus sorgt das Konzept der zwei eingetriebenen Achsen für erhöhte Fahrstabilität und damit für ein Mehr an Sicherheit. Die clevere Positionierung wesentlicher Komponenten außerhalb des Hecks sorgt für einen großzügigen Innenraum. Im Resultat gewinnen wir dadurch vier zusätzliche Sitzplätze. Konsequent durchdacht, beeindruckt der neue MAN Line CTE mit komfortabler Innenausstattung und markanter Formsprache. Mit seinem beeindruckenden Äußeren bleibt unverkennbar, dass hier einer aus der großen MAN Citybus-Familie die Bühne betritt. Ob Solo- oder Gelenkbus, die Zukunft steht für Sie bereit. Mit dem MAN Line CTE wird eine Vision Wirklichkeit. Mit dem man in der Einzelnen kommt, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.